Ja und Hallihallo, ähm, ja, überraschender Bossfeind scheinbar, Judgement, dessen Wort ich wiederum wieder nicht übersetzen kann, ich habe keine Ahnung, wobei er das liegt, äh, liegt wohl daran, dass man, ist wohl so ein Problem, wenn man mehrere Sprachen gleichzeitig spricht, äh, The High Prosecutor, der hohe, Prosecutor, irgendwas, äh, was heißt Prosecutor, verdammt, Ignite the Sin Machine, suffering must be made, oh, oh, entzündet die Sin, äh, Sündes, Alter, entzündet die Sündenmaschine, leiden muss getan werden, okay, Oh, was, oh, Oh, Ja Oh Ah, oh, 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 oh no, oh, 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 oh Nein, nein, nicht finalist Suski, nein, nein, nein Nein das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet okay ich muss mich einfach nur in bewegung halten hallo? was jetzt? ah! Chains of Superbia Ketten von... keine Ahnung irgendwas How do you like the Sin Machine, Trespasser? Wie gefällt dir die Sündenmaschine, Übertreter? Gutes Deutsch, ey Surrender, let it consume you Ergebe dich und lass es dich konsumieren und lass es dich verschlingen Semperus, the triple demon Nein warte, no wait, don't give up, you need to get us out of here Nein warte, gib nicht auf, du musst uns hier raus holen Pandemonica, Tired Demon Pandemonica, der müde Dämon And I'm still looking forward to my coffee Ja, die will nie einen Kaffee, jo Ich bin ja am Verrägern, hallo And I'm still looking forward to my coffee Könnt ihr nicht irgendwas machen oder so? Judgement, the high prosecutor Leave hope, this fate is healed Alter, it's healed Lass die Hoffnung Sein Schicksal ist besiegelt Oh Oh Judgement, hier Judgement, was heißt das? Judgement nochmal auf deutsch Richter Irgendwie so, keine Ahnung Gerechtigkeit Das, das ist Gerechtigkeit Aber Judgement ist Richt Gericht Gericht Judge Ist Richt Ach, keine Ahnung Ach, also ich nenn ja einfach Judgement Judgement, Liebes This man may not know it, but he belongs to me Dieser Mann Man Dieser Mann Mag es vielleicht doch nicht bis Hm Aber er gehört zu mir Aber er gehört mir? Keine Ahnung Could you please not damage him? Könntest du ihn bitte nicht beschädigen? Be silent Be silent Real work is about to begin Uh 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 Echte Arbeit Is Dabei to beginn Oh 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 Was jetzt? Oh nein, wie schwierig Au 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 Ja Those chains that bind you are made of things that brought you here Okay Okay Diese Ketten, die dich binden Sind gemacht aus Sachen, die dich herbrachten Diese Ketten, die dich herbrachten Diese Ketten, die dich binden Sind gemacht aus Sachen, die dich herbrachten Oh, was heimlich Your Ego Your greed Your lust You are Your own torture Deine Ego Äh Greed Alter Dein 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 Na Gier Deine Gier Deine Gier Deine Lust Du bist dein eigener Heng Nein, nicht Heng Äh Torture Na ja Folter Du bist dein eigener Folterer Enough High Prosecutor Prosecutor I order you to stand down at once Genug Hoher Prose Prosecutor Hoher Prosecutor Ich befehle dir Bleib stehen Mindestens einmal Äh At once Step down at once Bleib einmal stehen Oder so, keine Ahnung No authority stands above punishment Keine Autorität steht über Bestrafung Genau Justice the Awesome Demon Ja Gerechtigkeit der coole Dämon Ohhhh I see what you did there Gerechtigkeit der coole Dämon Alles klar verstehe Keep going Judgement You are on the wall Ja toll Mach weiter Judgement Du bist voll dabei Just so, klar Yes, please continue This is a plus material so far Okay Ja, bitte mach weiter Das ist 1a Material Bisher Oh 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 Das ist lustig Ich dachte das ist die erste Dämonin da Oder die zweite Die mit den Herzchen schwebend Äh I'm supposed to be the god damn queen of hell Why is nobody ever listening to me Okay Ich bin eigentlich die verdammte Königin der Hölle Warum Hört niemand auf mich Immer Warum hört immer niemand auf mich Ja 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 Okay Alles klar Hau Nein Oha Da muss man ja schnell sein Ach komm schon Nein Was mache ich denn Nein Was mache ich denn Nein Was Was Okay Hä Ah Die Kette Ah Okay Es sind wieder zwei Ketten Nein Nein Ich hab nicht geschafft nach links zu gehen Ah Nein Mano Nein 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 Ah Sehr gut Walter Nein Nein Ah Ah Ach komm Das ist nicht wie Undertale Ach komm schon Ach komm schon Doch Okay Sehr gut Alter Okay Ehhh... Oh oh. Judgment, the high prosecutor. Do you truly think you can break three of those shackles? Darfst du wirklich, du kannst dich von diesen... ...ketten befreien? You should know, hope leads to disappointment, and disappointment to despair. Listen hier den Sith Codex, als wäre jetzt... ...äh... wie sagt man... ...four trellern... ...vor Mantra herrn? Keine Ahnung. Was machst du da? Chance of Despair are the most delightful. Ketten der Verzweiflung sind die... ...sind die am meisten... ...deliziösen. Hey, die harte Animation diesmal. Strata the Bitch Demon. Ahja... ...leiter bitchige Demon. You must be cursed, Malinka. Oh mein Gott. Ich glaub ich weiß aus welchem Land du kommst. You must be cursed, Malinka. Kleine. Malinka. 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 Verbündeten Nerd gefunden und er ist jetzt schon fertig. Keine Ahnung. Knowing my luck, you play Nekropolis anyway. Nekropolis? Nekropolis? Das Spiel kenne ich, glaube ich. Kennen, mein Glück, hat er eh schon Nekropolis gespielt. War das Ach, Malina, das waren die Bohnen. Malina? Warte mal, Malina, war das nicht Oliver, Augustus? Keine Ahnung. Modeus, Modeus? Ich habe die Nabel alle schon wieder vergessen. I should keep him for myself after all. Ich hätte ihn für mich behalten sollen im Nachhinein. Du wolltest mir die Knie brechen. Yes, regret everything you've ever done. Ja, bereue alles, was du bisher getan hast. Was du... Nein. Du hast ever... Äh... Ja, bereue alles, was du schon seit immer getan hast. Und du hast ever done. Was du bisher getan hast. Ach, keine Ahnung. I love how you did your hair. I love how you did your hair. I love how you did your hair. 10 out of 10. Ist das der finale Boss? Ist das die finale Boss-Sequenz? Äh... I love how you did your hair. Ja gut. Mag vielleicht daran, dass ich Bilder mag, aber... Allgemein aber... Ja gut. Könnte sein, dass die Frisur vielleicht wirklich gut steht? Das Outfit Kills. 10 out of 10. Äh... Das Outfit ist der Hammer. 10 von 10. Äh... Na gut, das ist die Hölle. Das ist nicht verwerflich. Äh... Nicht schlecht als... Äh... Mh... Ja gut, die Arme sind schon ganz cool. Was warum das für stehen wir sind? Vermutlich irgendwelche, keine Ahnung, Polizeiknüppel. Ach komm, komplementieren wir sie mal. LIE! They won´t save you von duurgence! LÜGNN! Sie werden dich nicht von deinem Schicksal bewahren! O identity. LIE! Sie werden dich nicht von deinem Schicksal bewahren! Oh�llllll... Ja die Dinger sind wirklich wirklich ganz cool. Ach komm ich nehm das untere. Ich mag Apple-Claune! I know, that's why I can be honest. Ich weiß, deswegen kann ich ja auch ehrlich sein. Ach, stimmt doch, stimmt doch. Ist das so? In diesem Fall, thank you. I guess. Ist das so? In diesem Falle, danke dir. Schätze ich mal. Oh. Was steht da? Keine Ahnung, kann ich lesen. Pin, Pin, Pin Beef, ach ja, ich weiß nicht. Now let's get back to suffering. Alter, die Beinchen, die sind ja cool. Äh, now let's get back to suffering. Kehren wir zurück zum Leiden. Wohhahahahaha. Au, au, äh. Ah, nein. Nein, Mann. Oh, meine Finger sind zu langsam. Finger sind zu selten. Was mache ich denn, Mann? Hä? Was? Hä? Ich kann auch noch genau rein. Nein. Ach, verdammt. Ich stand doch schon ganz gut. Mann, oh. Nein, ich glaube schon wieder rein. Ich glaube schon wieder rein, Mann, oh. Ich steh doch in der Mitte so gut. Ah, okay. Oh, hinschauen. Meine Güte. Nein. Alter. Boah, war das knapp. Ja, jetzt. Alter. Naja, wann ist das? Weißt du, das ganze Spiel so bisher? Ja, Rätsel lösen und dann sowas hier. Ah, in der Mitte steh ich sicher. Okay. Vierte Ketten. Ah, die heißen die ganze Zeit anders, die Ketten. Das habe ich nicht gecheckt. Entschuldigung. Äh. Viertens. Ketten der Verzweiflung. Mhm. 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 Gut, das waren die Ketten. Mhm. Mhm. Genau, so gut, sehr gut. Boah, war das Kappel. Mhm. nein 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 ich hab mich verdrückt Toll alter es gibt es doch nicht ich komme nicht hinterher einfach nein woher geht er da auch noch rein nein ich darf auch noch oh mein gott ok 20 minuten ich sollte es eigentlich probieren schon mittlerweile ok ok nein 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 fehlreaktion also sowas von nein ok nein 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 Boah, das ist knapp. Das war das für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss!